Musik Im Jubiläumsjahr 50 Jahre Motorsport in Selow laden wir Sie recht herzlich ein zum vierten Lauf zur Autocross Europameisterschaft 2011. Zusammen mit unseren Sponsoren aus der Region bieten wir Ihnen das ganze Wochenende Autocross Action vom allerfeinsten. Seien Sie dabei, wenn sich die deutschen Cracks mit der europäischen Elite anlegen. Am 28. und 29. Mai in Selow jeweils ab 10 Uhr. Und bringen Sie doch Ihre Freunde mit, denn das haben die noch nie gesehen.